dass es ein Mordanschlag war. Außerdem habe ich eine Idee, die beweisen könnte... Hören Sie, hören Sie, hören Sie das? Das leise Summen. Ein Fäser? Der überlastet ist. Hier spricht der Käpt'n. In meinem Quartier ist ein Fäser auf Überlastung. Wenn er hochgeht, zerreißt er das ganze Deck. Evakuieren Sie das gesamte Personal aus diesem Sektor. Alarmstufe Rot! Gehen Sie raus! Ich helfe Ihnen. Gehen Sie raus und riegeln Sie das ganze Deck ab. Ich finde ihn schon noch. Überführen Sie diese Sektion. Alarmbereitschaft für C4 und C5. Gehen Sie moves G Halte G Halte G Halte Untertitelung des ZDF, 2020